So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wir sind zurück, wir wollen die C-Day Ausbeute machen vom Quapsel C-Day Community Day. Ich war wieder unterwegs, 14 bis 15 Uhr mit Pupsi im englischen Garten. Wir sind da spazieren gegangen mit Kinderwagen, Jonas dabei, alles, wir waren diesmal zu dritt. Wir hatten Regenschärfe dabei, denn es hat geregnet. Wir haben einen Livestream gemacht von 14 bis 15 Uhr, den könnt ihr auf YouTube nachgucken, wenn ihr das möchtet. Und war, denke ich mal, trotzdem wieder ganz cool, ganz unterhaltsam. Wir haben auch wieder unser Spiel gespielt mit, wer fängt das erste Shiny, wer fängt das letzte Shiny, kurz vor 15 Uhr. Und, wer fängt die meisten Shinies. Und diesmal war es mega spannend, was man auch am Titel schon lesen kann. Dieser C-Day zündet später. Wir sind rumgelaufen. Tobias Reuter hat schon gesagt im Chat, ja, ich habe schon fünf Stück, ne, vier Stück nach fünf Minuten so ungefähr. Normalerweise dauert das ein, zwei Minuten, hast du dein erstes Shiny da. Bei uns war es so, wir sind gelaufen und unser allererstes Shiny kam nach 46 Minuten. Ich habe schon gedacht, man muss sagen, dieser C-Day hat kein Shiny. Dann kam leider ein Shiny, das allererste Shiny. Dann war das Ding zu Ende irgendwann um 15 Uhr. Und, ja, deswegen musste ich mir einen anderen Titel überlegen. Deswegen, dieser C-Day zündet später. Hat aber gepasst. War spannend. Die Leute, die dabei waren, zugeschaut haben, fanden das auch richtig cool. Gleichzeitig gab es auch wieder Showcases, die wohl bis 19 Uhr laufen. Ihr könnt also wieder drei Quapsel oder Quapo oder Quaxo in Pokestops verteilen, wenn da Showcases drauf sind. Und was es sonst so gab, möchte ich mit euch nochmal kurz drüber berichten, drüber schauen. Ich habe für ein Euro wieder diese Spezialforschung gehabt. Dankeschön an Koselinchen nochmal. Du hast mir diese Forschung geschenkt, du hast mir diese Forschung gekauft. Ich habe die wieder im Stream gemacht. Das war auch wieder cool. Es gab wieder Quaxo und Quapo, alles die Endentwicklungen so direkt zum Fangen. Auch Quapuzzi gab es so zum Fangen. Es gab Bonbons, es gab BP, es gab Staub. Für ein Euro, finde ich, lohnt sich das immer, diese Spezialforschung mitzunehmen. Dann im Heute-Tab gab es, wie immer üblich, wenn ein C-Day ist und ihr einen Sinustein braucht oder irgendein anderes Entwicklungs-Item, gab es Aufgaben, vier Stück oder so, die relativ leicht waren. Fang fünf Pokémon, mach fünf Würfe, benutzt drei Bären, äh fünf Bären. Und dann habt ihr da auch vier oder fünf King-Steine bekommen, damit ihr eben Quapsel im Endeffekt zu Quaxo oder Quabo entwickeln könnt, weil ihr dazu ja jeweils dann auch einen King-Stein braucht für Quaxo, für Quabo nicht, da reichen Bonbons. Das finde ich immer cool gemacht von der Yendik. Da muss man auch mal Lob aussprechen, dass sie da mitdenken und sagen, nicht, dass ihr entwickeln wollt, habt nichts, wo kriegt ihr das jetzt her? Nein, die geben euch das zum C-Day eigentlich kostenlos, voll lau, in der kostenlosen Forschung, vier, fünf dieser Entwicklungssteine hin. So, ein paar Feldforschungsaufgaben haben wir auch gemacht. Ihr seht, hier ist auch noch ein King-Stein, den konnte man auch aus diesen Feldforschungsaufgaben kriegen. Dann konnte man natürlich wieder Quapsel fangen und Quapsel eintünen. 355 wäre der Hunderter wert. Ich möchte mal alle Quapsel, die jetzt hier bei mir sitzen, zu Hause, noch fix mit dem Schnellfang-Trick einfangen, wegfangen und gucken, vielleicht ist da ja sogar noch ein Shiny dabei. Das bewerten wir auch nochmal kurz. Wir tüten die jetzt alle ein, dann zeige ich euch kurz auch die Ausbeutel. Also, mir ist ein Hunderter aufgefallen, was zwar kein Quapsel ist, was ich aber neu im Beutel habe, was mir vorher nicht aufgefallen ist, was ich auch mega stark finde, das aber gleich. Im Endeffekt hat es wieder Spaß gemacht, mit Pupsi rumzulaufen. Das Besondere diesmal war auch, ich bin eine Route abgelaufen. Beim letzten C-Day habe ich ja gesagt, ich kann Routen erstellen. Ich möchte mal eine Route erstellen, wenn man eh immer im Englischen Garten spielt. Dann kann man auch beim Englischen Garten einfach eine Route erstellen. Und wenn man dann beim nächsten Mal im Englischen Garten C-Day spielt, folgt man dieser Route und hat dabei eben noch mehr Fang-EP, noch mehr Fang-Staub, noch mehr Spawns auf der Route und die Möglichkeit, auch Zigarde-Zellen zu finden. Jetzt ist fast eine Woche vergangen. Die ganze Zeit war die Route nicht da. Wir sind ja schön außenrum, mitten durch, schön geschnörkselt. 45 Minuten Dauer, die Route stand da. Das hat gepasst. Aber die Route war ja noch nicht im Spiel. Und gestern Abend ist die Route endlich reingekommen. Die Route, die ich beim letzten C-Day erstellt habe, ist jetzt drin gewesen. Ja, ich muss kurz was wegschicken. Ich muss kurz hier mal drücken auf 4 Sterne, um zu gucken, ob da vielleicht ein 100er dabei war. Hier sieht man keins. Hier sieht man aber jetzt das, was ich meine. Dieses Kling-Plimm ist geschlüpft und ist ein 100%iges. Und das ist ein Baby-Pokémon. 100%. Und das ist richtig cool. Das hatte ich auch noch nicht. Deswegen, das habt ihr ja im Forschungsvideo vielleicht gesehen. Gastella aus dem Ei. Jetzt hier Kling-Plimm. Finde ich stark. Schicke hier jetzt kurz was weg, dass wir das noch eintünen können, was da sitzt. Jetzt ist es weg. Jetzt sitzt hier kein Quapsel mehr. Gott verdammt noch eins. Kein Quapsel mehr am Start. Gut. Nehmen wir dieses Flapterix, hauen da drauf. Wo war ich stehen geblieben? Ich eine Route erstellt, also einem Schicki-See-Day. Eine Woche hat es jetzt gedauert. Aber die Route war jetzt da und wir konnten zum Start des Streams. Deswegen guckt euch den Stream ruhig mal an. Die Route auswählen. Andrücken. Und sind genau diese Spur, die wir vorher aufgezeichnet hatten, abgelaufen. Bei Pupsi hat es öfters mal gesponnen. Da war das GPS-Signal weg. Du bist von der Route weggekommen. Lauf zurück. Die Route ist pausiert. Du musst dann weitermachen. Bei mir ging das ohne Probleme. Bei ihr gab es zwei Aussetzer. Trotzdem ist sie kurz wieder dahin. Hat das dann weitergemacht. War also cool, dieses Routen-Feature zu nutzen. Was ich jetzt wohl immer in jedem Stream mache. Zum CD, weil wir ja immer im Englischen Garten spielen. Eine Zigarre-Zelle habe ich leider nicht gefunden. Das war sehr komisch. Weil du musst auf der aktiven Route sein, um eine zu finden. Die kommt aber gegen Ende. Ich habe da gerade einen Pokémon gefangen. Da war man schon am Ende. Dann bist du da raus. Dann war schon gleich das Ergebnis. Okay, Route fertig. Zack. Und dann war es ja schon vorbei. Ich konnte gar nicht sehen, ob da jetzt eine Zigarre-Zelle liegt oder nicht. Das war ein bisschen bekloppt. Ansonsten, ja, haben wir also Quapsel gefangen. Obwohl wir schon etliche Quapsel verschickt haben. Also Alter Null und Quapsel eingeben würde jetzt nichts bringen. Wir können aber mal hier auf Schillern gehen und uns angucken. Das war das erste Shiny, was wir heute bekommen haben. 14.46 Uhr. 46 Minuten nach Beginn dieses Shiny-Quapsel. Wir bewerten es jetzt auch. Gucken kurz durch, welches was für eine Bewertung hat. Das hat zwei Sterne. Das hat auch zwei Sterne. Dann kam das mit null Sternen. Insgesamt habe ich also, wie ich gerade sehe, vier Shinies bekommen. Nachdem ich nichts bekommen habe in den letzten 14 Minuten. Vier Shinies mit einmal. Und bei diesem Quapsel, was jetzt ein Quapo ist, stand auch da riesig. Und alle im Chat haben gesagt, wow, setz das gleich in den Showcase. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe es gleich durchentwickelt. Die Leute meinten nämlich, dass man Quapo und Quaxo Showcases machen muss. Es gibt aber auch Quapsel Showcases, wie ich jetzt gesehen habe. Dieses Quapo habe ich also dann in ein Showcase gesetzt. Das kann ich euch hier unten mal zeigen. Das ist jetzt hier drin. Pokémon in Showcases. Hier habe ich ein Quapsel. Das ist auf Platz 4 beim Relief. Da sind andere vorne drin. Wie viele Punkte haben wir denn? Wir sind auf Platz 4 und sieht man nicht. 920 Punkte hat der Erste. Das ist mega brutal, mega stark. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Dann habe ich hier eins reingesetzt. Im Kirchbrunnen, da bin ich jetzt Platz 1 momentan. Da ist nur einer hinter mir. Wir haben 674. Der hat 577. Und hier bin ich Platz 1. Da sind, glaube ich, die meisten Leute da. Nö, drei. Drei Leute. Und da sitzt mein Shiny Quapo jetzt auf Platz 1. Und das finde ich cool. Meine ersten Showcase-Belohnung habe ich heute abgeholt. Und jetzt direkt im CD gibt es schon den zweiten Showcase. Das finde ich cool. Das finde ich stark. Welche Belohnung es gab, seht ihr in einem extra Video. Was hierbei rauskommt, weiß ich nicht, ob man das irgendwo mit reinpackt. Vielleicht bei Max Out Monday morgen. Ich hoffe, das geht nicht weg. Und man kann das jederzeit noch abholen. Das hat mich aber auf jeden Fall gefreut, so ein starkes XXL-Shiny zu kriegen. XL-Shiny zu kriegen, das jetzt hier reingesetzen zu können. Damit jetzt auf Platz 1 zu sein. Damit hat sich der CD gelohnt. Hat sich sowieso gelohnt, weil ich immer sage, jeder CD lohnt sich. Es macht Spaß, rumzulaufen, Pokémon zu fangen. Im Chat mit der Community ein bisschen zu labern. Mit Pupsi unterwegs zu sein. Unser Spiel zu machen mit wer kriegt das Erste, wer kriegt die Meisten, wer kriegt die Letzten. Pupsi hat, glaube ich, nur ein einziges Shiny bekommen. Ich habe den Punkt fürs Erste bekommen. Ich habe den Punkt fürs Letzte bekommen. Ich habe den Punkt für die meisten bekommen, weil ich ja vier Stück hatte. Das tut mir leid für Pupsi. Ich gucke mal, ob ich trotzdem vielleicht noch irgendwas machen kann. Und vielleicht noch ein bisschen was austauschen, dass ich den vierten... Ich kann den vierten Platz nicht auf mir sitzen lassen. Das kannst du nicht machen. Digger, das kannst du nicht machen, Alter. Komm mal, Digger, Alter. Ja, deswegen lass uns froh und munter sein. Das war mein Sea Day. Und auch wenn es zwischendurch geregnet hat, wir hatten ja hier Regenschutz dabei für den Kinderwagen. Jeder hat einen Regenschirm dabei gehabt. Ich hatte mir den zwischendurch hier reingeklemmt in das T-Shirt hinten, zwischen Rucksack T-Shirt. Dachte, das ist gut, aber es war so windig. Der ganze Ramses ist weggeflogen. Deswegen musste ich den dann doch so nehmen. Der Schauer hat dann nachgelassen. Dann hat es gar nicht mehr geregnet. Dann konntest du wieder so laufen. Dann hat es wieder ein bisschen angefangen. Also, obwohl das Wetter nicht so optimal war, mir hat es Spaß gemacht. Bin auch wieder mit dem Badelatschen hier in den Deich reingelaufen. Das ist schön zum Abkühlen. Perfekt. Wie war euer Sea Day? Was habt ihr bekommen? Bei mir also kein Hunderter. Vier Shinies. Ein XXL für ein Showcase. Shiny Quabbo mitgenommen. Hunderter Kling-Plim gebrütet. Aber halt nicht im Sea Day, sondern kurz davor irgendwie. Hat die noch nicht bewertet. Und trotzdem jede Menge Spaß. Dieser Sea Day zündet später. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.